Jaja, der schießt sich Geff. Oh, der Sniper da oben, he? Jo, hallo Menschen und herzlich willkommen an der Sense The Survivor wieder hier mit einer Quest von Therapist. Die nennt sich Operation Aquarius Part 2. Oder Part 2 sozusagen. Und darum, um was geht's? Wir sollen auf Customs 15 Skeffs erschießen. Jo, also dann Knarre genommen, Beutel mitgenommen, rauf auf Customs. Und ja, wünsche euch viel Spaß, mit dem Video wird etwas länger. Ich hoffe ihr habt Sitzfleisch mitgebracht, wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns. Achso, ja lasst gerne ein Abo und ein Like, da würde ich mich freuen, wie immer. Danke, tschüssi. Überbevölkert und so, dann hast du halt lange Wartezeiten. Na gut, jetzt müssen sie morgen alle arbeiten. Oh ja, hier sind wir. So, kann ich mal schnell rüber? Ich brauche hier noch keinen. Mein Ding ist... Wenn du so ein weißes Pelé findest... Ja, sage ich Bescheid. Ich bin ein dankbarer Abnehmer. Genau. Die Größe habe ich gefunden. Na dann loote du hier oben, dann renne ich mal schnell zum Hidden Stretch. Okay. Oh, ist da eine Granatenkiste, die kenn ich noch gar nicht. Da unten, neben den Holzkisten. Ja. Ah, B20, aber ein Schuss, Alter. Ist ja Wahnsinn. Warmatched. 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 Das bin ich. Das bin ich. Ich habe gesehen, wie du um die Ecke gekurvt bist. Ihr Wahnsinnig. Die Schüsse, die klangen so nah, weißt du. Mhm. Ich glaube, die waren im Nachbarnraum. Okay. Wann gibt's denn hier nicht einmal so einen Scheiß... Wann gibt's denn hier nicht einmal so einen Scheiß... Wenn... Nee, Alter. Wann mach ich. Betal-Steps gehört. Das kann durchaus im Nachbarhaus sein. Aber das klang so wie links, aus dem, wo wir gerade waren, weißt du. Ach so. Hm. War wieder still. Okay, also rechts ist definitiv Action. Mhm. Ja, gerade das zuvor, jetzt hätte ich das links gehört. Ich glaube, das war hier. Sogar auch bei uns. War der Haustür. Echt? Mhm. Oh ja. Warte, bist du komisch? Warte, bist du komisch? Warte, bist du komisch? Ja. War ja trotzdem eine Schießerei. Das heißt, hier ist noch irgendwo ein Spieler. Hm. Ähm. Oder vielleicht war's doch das nächste Warehouse. Ich weiß es immer nicht so genau. Schau mal zu, was machen wir. Also definitiv... Drehst du dich da unten? Drehst du dich da unten? Nee, das war ich nicht. Oder hast du dich gerade nochmal gedreht? Nee, das war auf Stein. Ja. Ich hab das auch gehört. Das ist doch bestimmt ein Skeff gewesen, oder? Schwierig, irgendwo muss ja hier ein Spieler sein. Warte, ich komm mit. Warte, ich mach mal einen Lockvogel. Hä? Nee. Das hätte sicher einer auf Stein gedreht. So auf sandigem, steinigem Untergrund. Was ist denn hier los, Matze? Es ist schon Silvester und wir haben es verpasst. Nee, bei mir, hier war nichts, Alter. Hä? Hm. Wollen wir mal ins Nachbargebäude? Was da drüben ist, direkt jetzt gleich bei uns? Na rechts, neben uns, genau. Ja, komm wir mal. Steh schon mal hin. Ich bin hinter dir. Alter, hier sind voll die Soundbugs. Stell dich mal hier hin. Da hörst du immer, wie jemand es dort anmacht und wieder ausmacht. Obwohl, hier ist jemand drin. Katze, hier ist jemand drin. Oder? Ja, das habe ich auch gehört jetzt. Ja, dieses Dot, ne? Ja. Wenn jemand den Rotpunkt an- und ausmacht. Ich bin drin. Die Tür ist oben noch zu, die eine. Aha. Die andere auch. Wollen wir mich jetzt spüren können, dass hier der Schießerei war? Ich auch. Ach hier, diese abgeschlossene Tür oder was? Dafür habe ich einen Schlüssel. Scheiße, ich habe ihn halt nicht mit. Ach so? Hä? Was Klaus von meinte. Aha. Das ist doch hier unten so eine vergitterte Tür. Okay. Ich gehe mal hoch. Ja. Ich gehe mal hier die andere hoch. Hier ist noch alles zu. Oh, schon wieder. Schon wieder Zucker. Ich bin unten. Wo bist du? Hier an der Mauer. An dem Ausgang Mauer. Ah, da. Okay. Und irgendwas schleicht hier hinten rum. Wir müssen aufpassen. Vielleicht gehen wir mal über Old Station. Ja. Dann können wir mal direkt hier drüben das Wehrhaus abklappern. Oh. 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 Der Sniper da oben, oder? Ja. Ich habe noch eine Shotgun. Warte. Oh. 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 Danke, Matze. Boah. Er hat mir aber ordentlich zugesetzt. Da siehst du. Du hast doch schon drei Skefs erledigt. Da kommt was. Von wo? Von rechts? Also von der Mauer? Ja. Ja. Jetzt sehe ich hier erstmal nix. Also ich checke jetzt die rechte Seite. Da habe ich den Eiskefs erschossen. Oh. Wo war das? Drüben beim Checkpoint. Komm, lass uns weiter, Freunde. Ja. Warte, ich gucke nochmal schnell hier an den Scheiß. Stimmt, da ist ja auch immer Zeug drin in dem blauen Bus. Ich guck mal schnell im Zugwaggon. Festplatter. Festplatter. CD-Laufwerk. Ich bin im Zugwaggon, ja. Aha. Ich hab bisher noch keine Luckys Zigaretten gefunden. Alle anderen, ja, aber keine Luckys. Ach so? Nee, hab ich schon. Wo bist denn du jetzt? Ich bin hier bei dem Skeff, den ich erschossen hab, hier draußen. Ach ja, ich seh's. Ähm, hab ich drei Skeffs schon erschossen? Ne, zwei, oder? Na, den, den auf dem Dach und... Hat da grad einen auf mich geschossen? Ne, glaub ich nicht. Ach ne, einen da drüben, oder? Ich schick den auch mal kurz an. Wir haben Gäste in der Nachbarhalle heute. Oh, echt? Mhm. Scheiße, ich muss mir kurz diese Weste hier schnappen. Bist du schon da reingegangen? Ne, ne, ich bin hier zwischen den Waggons, unter dieser Brücke, weißt du, unter diesem Übergang. Ja. Ja. Bist du schon drübergesprungen? Ja. Ich seh dich. Tja, in dieser Halle gibt's eigentlich keinen coolen Loot, oder? Lohnt eigentlich nicht, da reinzugehen. Naja, Schlüssel und so Zeugs kriegst du manchmal, aber ich würde lieber in die nächste gehen. Oh, da vorne rennt einer, das ist ein Spieler, der ist rechts um diesen Gastank gerannt. Schießt er auf mich? Nö, nö, nö. Die Frage ist, wo ist der hingerannt? Wollen wir einmal zur Tankung gucken, oder? Ich glaub, die hauen sich grad gegenseitig um die Ohren. Wo läufst du hin? Wiss ich nicht? Sag du. Ja, komm, wir gehen in die andere Halle rüber. Aber das kann sein, dass der jetzt auch dort reingerannt ist, ne? Ich hab den nur um den Container rennen sehen und dann war er weg. Also möglicherweise ist der jetzt hier drin. Okay. Ich bin rechts gelaufen. Okay. Mann, kein Rallye, alter. Flip aus. Ich check, glaub ich, mal von oben. Da steht ein Scaff, kannst du dir holen? Ziehst du ihn? Jo, ist Minus. Ich lade nach. Da ist der Nächster. Bist du vom Metall gerannt? Ja. Ja. Okay. Kommen wir jetzt von hinter der Franke vor. Er steht hier. Komm jetzt auch rüber. Die Scheiße ist eh zu. Hier waren zwei, alter. Cool. Jetzt hab ich fünf. Läuft doch. Achtung, ich komme. Okay. Was liegt denn hier? Was ist das? Ui, schönes Ding. Auch Granate. Guck mal ganz kurz in die Tankereien. Vielleicht ist er doch ein Relais da drin. Ja. Was ist das? Ja, der hat ein Wallet. Ja, da ist nichts drin. Aber willst du das nicht mitnehmen? Nö. Ich hatte schon mal das. Und, ist es nah? Oh ja. Die sind da im Nachbarraum. Lass uns rüber. Lass uns abräumen. Das scheint auch was Kleines zu sein. Das ist so eine Pistole auch so, hm? Hier war schon jemand. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Aber du kannst schon durch. Komm gleich nach. Jetzt überlege, ob ich gleich noch meine Mission mache. An dem Container oben. Ach so. Ich meine ... Aber wir sind voll, alter. Ja, ich weiß. Nee, ach, dann lass uns raus. Alles cool. Das kann ich auch mal schnell als Hedgling machen. Naja, und nicht, dass sie dich abknallen haben. Oh, hier war auch schon jemand an dem Ding. Ich bin links runter. Wo bist du lang? Ich bin auch links. Ich bin ja bei dem hinten Stash am letzten Waggon. Ach, da bist du schon? Ja. Alter, hä? Ich denke, du bist voll. Wir lassen ja die Leute das krasseste Zeug liegen. Wir könnten versuchen, ZBn 013 rauszugehen. Ich habe Schlüssel mit. Wo ist denn das? Da hier im Lootklumpen unten. Oh, da bin ich noch nie raus. Naja, dann hat es Zeit. Da müsste man ja eigentlich nur hier vorne rein. Und da geht es doch gleich runter, oder? Ja. Na dann, los. Ich hatte nämlich Glück. Ich habe Factory Keys gefunden jetzt. Ja. Hier runter, ne? Rechts. Oh, Skev. Okay. Gehe ich schon mal unten gucken. Okay. Hast du? Ja. Bin unten, ne? Okay, ich komme. Hoffentlich hat er immer schon den Schalter angemacht. Das sieht nicht so aus. Scheiße. Ach so. Ach, die Power fehlt. Kein... Mist. Wo macht man die denn an? In der Tat, wo die Schüsse daherkommen sind gerade. Da drüben in dem Wehrhaus. Okay. Da ist einer. Das ist Skev. Hier rechts. Da an der Treppe. Da an den Fässern. Siehst du? Oh ja. Den habe ich gehört. Was sind denn diese Container? Bin ich dumm? Ach, dann muss ich einmal hier durch die Spinne durch. Du musst faktisch geradeaus rüber. Aber das ist natürlich riskant. Das ist riskant. Aber ich meine, irgendwann muss ich ja die Mission mal machen, ne? Ah, ich kann das ja jetzt so machen. Die Tür ist auch noch zu. Aha. Okay, das Ding hier ist es. Da ist noch eine Waffenkiste. Hm, eine Kanate. Kommst du zurück? Nee, gerade noch nicht. Schönerst du was? Bei mir läuft einer hier drin. Ein Skev oder was? Hinter der Mauer. Hinter der Mauer ist was bei dir? Nee, das ist kein Skev. Der ist aber hintergerannt Richtung Exit. Okay. Das war definitiv ein Spieler. Macht mich nervös mit dem Spieler. Dass der jetzt in dieselbe Richtung ist und die wir auch müssen. Komm jetzt rein. Oh, oh. Mein Relais. Komm rein. Ja. War es da eins, ja? Mhm. Was tue ich raus, was tue ich raus, was tue ich raus, was tue ich raus. Das ist die T-Money. Geil, du hast einen Iskra. Das ist doch nice. Ey, wir haben doch noch neun Minuten, Alter. Ah ja. Leck mich doch am Arsch, Alter. Was finde ich denn hier für gutes Zeug jetzt? Jetzt fress' ich das Quosch. Ach so, wir sollten aber mal lieber gucken, weil wenn der Ausgang nämlich nicht hier ist, bei, dann haben wir hier ein Problem. Dann müssen wir nämlich bis ganz rüber. Ja, hier ist schon komplett gelootet. Komm raus hier. Ja, wir haben fünf, sechs Minuten noch. Naja, aber... Aber wir hecheln. Ich hab null Ausdauer. Jetzt mal ganz kurz hier mein Rucksack hin. ZB-013 ist immer noch grün. Obwohl wir nicht mehr da sind. Hm. Hm. Okay. Warte. Wenn jetzt hier jemand kämpft, lasst es sich aus. Ach, das glaub ich nicht. Hier liegt Aramid. Ach, glaub ich nicht. Was war denn die Streichel jetzt noch mal? Das ist nicht mehr. Da konntest du irgendwo eintauschen gegen irgendwas. Und weg, das gefällt gar nicht noch. Ja, noch Mais. Gar nicht schlecht. Oh, Ausgang ist hier. Geil. Alter, das hat sich doch noch mal übelst gelohnt. Na klar, ey. Ach, das gefällt schon. Jetzt braucht bloß noch Sieben. Hilft hab ich schon. Schon wieder Zucker. Ja, ich auch. Sobald ich den Flohmarkt hab, alter. Ich werd Zucker, meinst du. Nein, es fehlen noch 300 Punkte, alter. Leck mich doch. Das war's für mehr Informationen. Ja, der Kollege. Bis bald. Ich hab dich einfach in der seguirikes. threshold. Ich habe gehört. Vielen Dank.